Ja das hat sich noch mitbekommen, dass du mit Leuten plötzlich aufgehört hattest. Weil die Zunge... Knoten in der Zunge, nicht Zunge im Knoten, ach Gott. Ich hätte irgendwie echt Bock auf Mordekaiser und je nachdem was die Eten halt picken, wäre das halt gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt anfange zu erklären, warum ich das kacke finde, sind wir noch morgen dran, also spiele lieber einfach. Keine Sorge, ich denke, das wird nur das Game sein, wo ich Mordekaiser spiele. Ich würde dann gleich schon reingehen wollen. Ich gehe da jetzt rein. Da geht auch was raus. Aber das ist schon schön. Ich habe gesagt, wir sollten das einfach getötet machen und dann ist der Doktor. Mal schauen, ja, ganz schön. Schade. Schade. Dann ziehen wir uns zurück. Nee, ich habe wohl die Gegend rein. Wir gehen rein, Leute. Ja. 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 Ich habe jetzt schon in der ChampSelect mehr Spaß gehabt, als in den drei Games davor. Also schon überfällt. Ich habe einfach den Möwe mitgenommen. Ich habe den Möwe mitgenommen. Ich habe ihn abgebaut. Ich habe ihn abgebaut. Ja. Nee, das ist meine. Dafür habe ich ihn extra gestunt. Ok. Oh Pierre stirbt jetzt gleich wieder. Ne ne, das schaffst du schon. Aber nur weil er glaube ich Geist geblockt hat. Ne, ist wirklich tot. Ich sag's doch, er stirbt gleich wieder. Es kommt dann gleich wieder, ja wo sind meine Mates? Zehn Minuten am anderen Ende von dem Ganzen am rumkämpfen, machen und tun. Wo sind meine Mates? Hier ist einfach der Beste. Oh now, jetzt haut sie dich mit dem Tauerstab, den sie hat. Oh mein Gott. Was ist das? Die Verwürgen hat man voll gesehen. So geht nichts und dann ja, die steht hinter mir. Pierre läuft in die andere Richtung, wieder mal. Ich glaub er will heute sterben mehrmals. Heute ist ein Solo Gamer Modus. Ja irgendwie mag er uns nicht. Im Discord ist er gemutet, er antwortet nicht auf unsere Fragen. Er läuft komplett von uns weg immer. Ich sitze einfach am Eingang und redest du. Das ist echt unglaublich. Der möchte heute alleine spielen. Aber ich kann's auch hören, dieses Junge. Der war sogar sehr gut, Willi. Ich hab direkt den Pierre gefühlt. Du hast deinen inneren Pierre manifestiert. Du hast deinen inneren Pierre manifestiert. Ich glaub Pierre hat langsam genug vor. Das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. So ich bin komplett durch. Ich brauch noch zwei. Slash mute on. So ich geh schon. Ne warte ich warte hier bis der Pierre da ist. Dann krieg ich ein Portal nach OG. Vielleicht. Steht einfach hier und drückt teleport und im Portal. Ich geh nur noch an die Hand. Einfach so ein kleines Fuck you. Geht in das Portal rein, du noch an die Hand guckst raus mit dem Mittelfinger. Ja. Ja. A-U-A-E-A-U-A-E-A-U-A-E-A-U-A-E. Ein Portal. Auf dir bist du süß. Vielen Dank. Du kleine Schnuckel. Es bricht ab. So schließt sich der Kreis. Geil. So zerbröselt der Keks nun mal. Und so zerbröselt der Keks. Das ist der scheiß Film, Alter. Woher ist das nochmal? Ich liebe ihn, den Film. Der ist super. Das ist so. Bienten, jetzt komm doch mal aus deiner Kleidersammlung raus und lass mal Dungeon machen. Ich versuche irgendeinen Ort zu finden, was nicht so hässlich ist. Jey. 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 Wo, was? Was war Piel? Ich hab gesagt, kann man das mit dem Kekswurf beeinflussen? Nein. Ob man da jemand... Junge, ich hab mich schon wieder selber abgeworfen. Krass. Ich weiß nicht, mit dem Z kann man da einfach nicht zusammenspielen. Ich muss den halt als Fleischschild benutzen. Aber der bewegt sich einfach, als ob der auf den fucking Gameboy spielt. Ja. Ja. Und diesmal haben wir jetzt ein gutes Game am Top-Jungler, der alle Objektes gekriegt haben. Super Top-Liner, der richtig Work macht und dann geht unser Mid-Liner half-Kar. Ja. Das ist so richtig unser Karma, Alter. Ist so, ist so. Jaja, die Ulti so oder so. Aber auch dieses ganze Einstrudeln. Weil Kartus ist halt so, der zieht die ganze Karte ein, wenn der im Jungle ist. Weißt du, wenn der nicht gestört wird. Der geht überall hin und der ist so schnell im Clearen von den Camps. Das stimmt, ja. Der ist so ein richtiger Staubsauger. Der rennt über die ganze Karte und zieht überall das ganze Gold weg. Wollt eigentlich die W-Skillen. Hat aber im Kopf, dass die Wand die E ist. Aber weh für Wall. Oh Gott. Hä? Wo kommen die denn her? Was? Hey, du hast doch da in den Busch gestanden. Ja, ja. Richtig, richtig. Die sind oben durch den Busch gegangen. Also manchmal fühle ich mich, als ob ich in der Simulation lebe. Und da irgendjemand oben sitzt und so ein Knopf drückt. Abfacken, abfacken, abfacken. Ah, ist so, ist so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fahr seiner weg in die Rakete. In what? Oh mein Gott. Was war denn das? Ach du halt gerade übel? Ich hab's gesehen. Das war echt bitter. Ja. Gott. Untertitelung des ZDF, 2020